Krypto-Gigant Facebook klingt fast nach einem Clickbait, ist es aber nicht. Und damit herzlich willkommen zu einer Wiedergabe in der einzelnen Sektion der Formations-Trader. Trader, Mr. Zuckerberg, darüber wurde schon im Dezember 2018 berichtet, planten Stablecoin. Nun sind aber Einzelheiten bekannt geworden, denn, wie Wall Street Journal berichtete, arbeitet Facebook daran, ein vollständiges Zahlungsnetzwerk auf Facebook zu integrieren und arbeitet bereits nicht nur mit Visa und Mastercard und First Data zusammen, sondern versucht auch Online-Händler dafür zu gewinnen. Die Idee ist, User sieht eine Werbung und möchte das Produkt kaufen, muss dann nicht und wird dann nicht auf irgendeine Seite weitergeleitet, wo dann ein Shop ist, wo er dann mit irgendeiner anderen Währung bezahlt, sondern direkt auf Facebook, ich sehe die Werbung, ich zahle damit mit dem Stablecoin und natürlich ist Profiteur Facebook, weil sie auf allen Ebenen dann ebenfalls Umsätze generieren können. Dafür, ich weiß nicht, ob jetzt Facebook dafür eine Milliarde sammeln muss und wird, auf jeden Fall ist es so, dass es mit einer Milliarde abgesichert sein soll, dieser Stablecoin, und es ist sogar geplant, dass User fürs Ansehen von Werbung auch belohnt werden mit dem Stablecoin. Wobei, dazu habe ich eine ganz dezidierte Meinung. Das wird so verschwindend gering sein, dass es deutlich mehr bringen würde, wenn man in der Zeit, in der man die Werbung sich anguckt, um ein Stablecoin zu kriegen, wenn man, ich weiß nicht, irgendwas anderes machen würde. Sei es drum. Das hier ist durchaus ein Projekt, was man beachten muss. Jetzt werden einige gerade Krypto-Affine sagen, Facebook, Alter, die haben 3 Millionen Konten an Cambridge Analytica weitergegeben und jetzt soll ich über deren Webseite bezahlen oder was? Also wird ja noch besser. Das halte ich auch für absolut berechtigt. Die Frage ist nur, ob das die Masse macht. Denn obwohl Facebook in diesem Skandal verwickelt war, und das will ich euch jetzt zeigen, waren danach die Quartalsergebnisse extrem gut und es konnten neue Nutzer gewonnen werden und es wurde mehr Facebook benutzt. Und in dem Augenblick, in dem ein normalsterblicher, nicht-Krypto-affiner User von Facebook sieht, ach Mensch, das ist ja toll, damit kann ich direkt auf Facebook Sachen kaufen, das ist ja praktisch. In dem Augenblick besteht durchaus die Möglichkeit, dass Facebooks Stablecoin dann auch sich durchsetzen wird. Das bleibt allerdings abzuwarten. Was die aktuellen Zahlen angeht, im letzten Quartal, also Q4 2018, waren ja die Analysten völlig überrascht, weil Facebook es geschafft hat, nicht nur Facebook zu steigern, sondern auch Nutzerkonten zu steigern und auch noch die täglichen Nutzer zu steigern. Und das ist Q4 2018. Und jetzt Q1 2019 erneut 26% mehr Umsatz. Und wie schon Facebook vorausgesagt hatte für das Jahr 2019, Instagram wird immer mehr genutzt, denn junge Menschen nutzen immer weniger Facebook, aber sie nutzen Instagram. Tja, Instagram gehört Facebook. Mittlerweile haben fast ein Drittel der Menschen auf der Welt ein Facebook-Konto. Das muss man sich mal klar machen. Und wenn man sich klar macht, wie hoch die Durchdringungsrate in Europa und USA ist, ist es für mich fast unglaublich, dass da noch 8% neue Nutzer dazukommen und auch die täglichen Nutzer um 8% gestiegen sind. Hier werdet ihr sagen, Moment mal, zum Nettogewinn minus 51% äußert er sich nicht? Doch. Das ist wegen der Rückstellungen. Diese Rückstellungen werden gebildet, weil Facebook mit Strafzahlungen rechnet. Und man muss sich klar machen, hätte Facebook hier nicht in einer Milliardenhöhe Rückstellungen gebildet, wären die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen worden. Und deswegen ist auch der Kurs der Facebook-Aktie nach der Veröffentlichung dieser Zahlen trotz des Rückgangs des Nettogewinns, was nur an den Rückstellungen liegt, deutlich nach oben gegangen. Auch das werden wir uns angucken. Und der saure Apfel aber wartet immer noch. Denn wie gesagt, Rückstellungen werden gebildet, Facebook rechnet mit einer Strafe von 3 bis 5 Milliarden. Aber es ist überhaupt nicht klar, wie hoch diese Strafe ausfallen wird, denn die Ermittlungen dauern schon seit über einem Jahr an, aufgrund der Weitergabe von 3 Millionen Nutzerkonten. Das wird die Frage sein, wie hoch wird dann am Ende die Strafe ausfallen. Und last but not least, um Vertrauen zu gewinnen, sagt Facebook, hey Leute, wisst ihr was, wir werden eure Daten viel besser verschlüsseln. Wir werden sie End-zu-End verschlüsseln und wir werden sie noch sicherer speichern. Was allerdings Facebook auch sagt, ist, wir werden weiterhin Daten sammeln und sie für Werbezwecke nutzen. Also eure Daten werden weiterhin gespeichert, die werden nur deutlich besser abgelegt, aber nicht weniger gespeichert. So, und nochmal zu den Quartalszahlen. Seitdem Facebook angefangen hat, mehr gegen Hasssprache und Belästigungen vorzugehen, ist es so, dass die Kosten nach oben gegangen sind, weil es mitarbeiterintensiv ist. Und Facebook arbeitet zwar an einer künstlichen Intelligenz, die Hasssprache und Belästigung erkennt, aber bisher nur 50% bei Hasssprache und 14% bei Belästigungen. Und da sieht Facebook weitere Möglichkeiten mit der Entwicklung und Forschung dann wieder Kosten zu senken. Und damit der Blick auf den Chart. Auf Wochenschart-Basis hat Facebook natürlich nicht nur eine sehr starke bolische Bewegung gemacht, sondern hier, es gibt eine horizontale Widerstandsmarke bei 195, Facebook scheitert da dran und bekommt einen Ausverkauf. Dann läuft die Aktie wieder hier ran, arbeitet das ab, schafft es, darüber zu gehen, ist Unterstützung und dann gibt es eine Fortsetzung. Und danach kommt der Ausverkauf. Und jetzt kommen wir wieder an diese horizontale Marke heran. Erste technische Widerstandsmarke. Zweitens ist es so, dass wir auf Tagesbasis uns, auch auf Wochenbasis, der psychologischen Marke von 200 nähern. Und Facebook hat es gerade mal geschafft, vielleicht 10 Tage oberhalb der 200 zu handeln. Ja, danach kam Skandal. Und dennoch stellt das eine psychologische Widerstandsmarke dar. Plus, selbst wenn wir sagen, die 200 spielt gar keine Rolle, bis zum Allzeithoch sind es noch 9%. Und auf der anderen Seite hat Facebook in gerade mal 4 Monaten 60% gemacht. So, das allein reicht ja an zu sehen, okay, was habe ich für ein Chancen-Risiko-Verhältnis, wenn ich auf mittelfristiger Basis jetzt diese Aktie kaufen wollen möchte. Was wäre denn, wenn wir sagen würden, wir wollen auf mittelfristiger Basis auf der Short-Seite etwas traden? Ein Unternehmen, was hier Quartalszahlen bringt und so nach oben springt mit einer offenen Lücke und nochmal Quartalszahlen bringt und so wieder mit einer offenen Lücke nach oben springt. Ist aus meiner Sicht nicht interessant, um es auf der Short-Seite zu traden, gerade mit der Stärke, die aufkommt. Das heißt, auf mittelfristiger Sicht will ich hier weder kaufen noch verkaufen. Dann, zweiter Punkt, wann würde mich denn interessieren, etwas mittelfristig bei Facebook zu machen? Folgendes kann man sagen, die Aktie ist ja hier gestiegen, hat hier eine Konsolidierung gemacht und ist dann wieder hochgegangen. Auch wenn ich nicht glaube, dass es passieren wird. Wir haben hier im Bereich der 175 eine horizontale Marke, hier horizontaler Widerstand, wird rausgenommen und falls die Aktie hier stehen bliebe, das muss man dazu sagen, wäre hier die 175, die 61%-Retracement-Marke plus, wir haben hier die horizontal verlaufende, bei 166 die 50-Wochen-Linie und noch die steigende 20-Wochen-Linie. Und die 200-Tage-Linie hat da durchaus das Potenzial, nach oben zu kommen. Falls, ich glaube nicht, dass das passiert, die Facebook-Aktie hier in diese Richtung kommen will, und zwar nicht, weil es jetzt wieder neue Skandale gibt, sondern weil der Markt anfängt, zum Beispiel in eine gesunde Korrektur überzugehen und zum Beispiel 10% abgibt, dann wäre 170 für mich mittelfristig durchaus interessant, wieder mit dem Ziel in Richtung 200 und dann gegebenenfalls vielleicht sogar in Richtung Allzeithoch. Das wäre so meine Strategie, weil ich hier sehr viel Unterstützung sehen würde. Was ist denn mit kurzfristig auf der Long-Site-Traden? Ja, kurzfristig auf der Long-Site-Traden kann man entweder sagen, ja, guck mal, ist so hier richtig gestiegen und der konsolidiert das und dann traden wir zum Beispiel aus dieser kleinen Flagge oder oberhalb der horizontalen Widerstandsmarke. Ich will nicht durch die 200 traden. Durch runde Marken, und das ist für mich so 100, 200, dann ein bisschen weniger 300, aber dann wieder 500 oder 1000, das sind Marken, da möchte ich ungern durchdrehen. Das heißt, spekulativ, falls hier diese offene Lücke im Bereich von 182 geschlossen werden sollte, da muss man sagen, hier ist auch eine doppelte horizontale Zone, einmal auf Schattenbasis und einmal auf Schlusskursbasis. In diesem Bereich wäre kurzfristig eine Unterstützung. Das wäre dann eher etwas so im Stundenchart, was man sich angucken kann, diese Zone im Bereich von 180, von 185, um dann wieder hier hochzutraden, kurzfristig. So, mittelfristig auf der Short-Seite, mittelfristig auf der Short-Seite, dann eher tatsächlich, dass Facebook hier in diesem Bereich eine ganze Weile konsolidiert und dann aus dieser Konsolidierung nach unten rausfällt. Dann könnte ich mir eher vorstellen, dass ich sage, okay, dann will ich etwas auf der Short-Seite trainen, ist aber eher unwahrscheinlich. Bedeutet, für mich wäre besonders interessant eine Bewegung von Facebook in Richtung 175, 170 finde ich eine starke Unterstützung oder, falls der Markt hier in Richtung 180 kommt, dann ganz kurzfristig nochmal hier in Richtung dieser hoch- und mittelfristig auf der Long-Seite, aufgrund der Widerstände, aufgrund der starken Bewegung, aufgrund der 200er Marke eher weniger interessiert. Wenn du sagst, richtig gute Ausgabe, fundamental, technisch, auch erklärt, wann er was machen will und wo seine Marken sind, sowas brauche ich mehr, gerne Kanal aktivieren, gerne die Glocke aktivieren, denn wir haben manchmal Ausgaben zu Kryptowährungen, manchmal haben wir Ausgaben zu Devisen, manchmal haben wir Ausgaben zu Aktien, da kann man sich das nämlich einmal angucken, da wird man benachrichtigt und kann sagen, aha, das ist die Überschrift, das interessiert mich, will ich sehen oder ich will es lassen. In diesem Sinne, ich bin gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich natürlich auf positive Bewertungen. Mein Name ist Hamad Asnashari, ich habe einen gelungenen Handelstag.